Wir sind drei Team. Herr Thiel, mit mir assistieren. Was? Hat er gerade assistieren gesagt? Ich habe mit Lady Undercover. Nee. Nee, 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 nee. Wird da noch ein vollständiger Satz draus? Wir sind keine Klinik und wir sagen auch nicht Patienten, sondern Alltagsüberforderungsopfer. Na, Heinz, geht's gut? Wichser. Sie hieß Mona Lux. Und Sie sind? Eigenartig. Wann haben Sie Mona Lux das letzte Mal lebend gesehen? 65.537. Wie bitte? Die Straße gibt's überhaupt nicht. Freunde, Verwandte, Bekannte. Bis jetzt nichts. Wie bis jetzt nichts? Was ist das schon wieder für eine Scheiße? Es ist schon alles wirklich sehr merkwürdig. Kein Mensch kennt Mona Lux. Wie sag mal, wer war denn die Frau? Matahari? Die damals sich einer ziemlich umfangreichen kosmetischen Operation unterzogen. None-Line Wald? Nein! Dieser Stick existiert nicht. Verstanden? spooky shit. Wo haben Sie das her? Was? Er hat einen Stick. Was für ein Stick? Wie, was? Da steckt er doch. Nein. Nein? Nein. Das haben Sie ganz alleine gehackt.